hey leute willkommen zu einer kleinen runde corley mcquirelli 3 tut mir leid dass ihr das nicht im vollbildmodus sehen könnt aber es geht nicht das ist durch den aufnahmen so eingestellt ich werde das also falls jemand fragt was es ist es ist ein rennspiel und ja ich werde erst mal also ich spiele das mit dem controller und werde erst mal üben auch wenn ich das schon kann mit dem pc in automatic dann fahren wir mal in spanien an sonderwertungsprüfung 1 und los geht abgang gemacht so bestzeit zwei minuten 38 ich habe das schon gespielt die strecke ja achte meine güne das kann ja was werden los geht's sechs links lang fünf rechts weiter 30 sechs links dabei zu reden bei sechs links und abbiegung zwei links 30 sechs rechts und sechs links und rechts zusammenspielen und wahrscheinlich werde ich dann keine stimme aufnehmen weil man kann ja wohl damit seine stimme nicht und sechs links so danach fünf rechts nicht schneiden und vier links und fünf rechts und ich versuche gerade nirgends nur gegen den platz schieben und lang fünf links enger und weiter über bügelkurve 70 drei rechts drücken bestzeit bestseite zwei Sekunden kleiner als sonst und lang vier rechts weiter und drei links nicht schneiden und vier rechts ich muss aufpassen und sechs rechts und lang sechs links und sechs rechts danach vorsicht sechs links enger und sechs nein ja noch mal zwei Sekunden schneller sechs rechts und sechs links und lang sechs rechts danach fünf links und vier rechts und lang fünf links und lang vier rechts enger okay jetzt hat es gut danach drei links felsen außen und vier rechts und lang vier rechts und lang sechs links enger und zwei rechts und drei links und sehr lang vier rechts geradeaus und und 6 links und rechts danach und links 30 3 links und drei links weiter um hier rechts und sechs links und lang drei rechts und sehr lang vier links es kann schon was dafür aber ich weiß nicht was wir uns hier links 30 lang drei rechts ok minus sechs millisekunden 238 73 weil ich diese sechs sekunden da hatte diese verdammten sechs sekunden egal wo war jetzt eine strecke fällt mir nicht wieder in spanien zwei minuten 18 war mein best zeit ach du meine wieder die strecke der teufel sage ich euch los 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 ich schaff das 30 lang vier links enger und drei rechts 30 lang sechs links enger 30 lang drei rechts minus 12 70 vorsicht fünf rechts ja das heißt auch beim vorsicht 5 rechts und lang drei links weiter alter das macht mir der teufel danach sechs rechts 5 rechts und 5 links und lang vier rechts ... ... mitnehmen. Dann passt das schon. Hui! Okay. Dieses Mal wird nicht getöffnet. Upsi. Dann haben wir drei Links weiter. 50. Vier rechts. Und drei Links. Oh, fuck. Und drei Links. Okay. Die Kurve habe ich nicht. Alter, was ist das für eine Kurve? Eilige Scheiße. Ich habe früher gesagt, dass ich nur eine Kurve rauskriege und dass ich mich nicht an lächerlichen Kurven rauskriege und mich einfach verbrämmen und einfach die ganze Zeit die Barrikade mitnehme. Und sechs rechts und links. Sechs links. Lang sechs rechts. Wow. Und drei Links und drei rechts weiter. Boah, die Fälle habe ich ja hart. Teil mal zu schnell. Vier links. Vier links. Fünfzig. Und sechs links. Vier rechts. Enger. Und sechs links. Und lang vier rechts. Danach lang sechs rechts. Rechts rechts. Oh. 2,27. Ja, war mein nächster Verschrecker. Das war aber ein schrecklicher Autounfall. Hat sich das noch überschlagen, mein Auto sogar. Bestzeit nicht festgelegt. Die Schrecke kenne ich nicht. Sechs links. Enger. Danach sechs links. Enger. Und lang sechs rechts. Da geht es runter. Oh, nein, 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 nein. Oh, ah. Und sechs links. Oh, mein Auto ist doch echt im Arsch. Lang vier rechts. Und sechs links. Okay, die Korre habe ich nicht eingesehen. Also, ich habe sie schon eingesehen, aber ich war zu schnell. Und sechs links. Oh. Ich sollte aufpassen, was er mir sagt. Weil wenn es orange ist, sollte ich schon am Anfang geblieben. Und lang sechs rechts. Dreißig lang drei links. Oh, da ist ein Schild. Wo kommt das denn her? Und lang sechs rechts. Lang sechs links. Enger. Und fünf rechts. Und fünf links. Und rechts. Und sechs links. Danach drei rechts. Fünfzig. Alter. Dreißig. Und rechts rechts. Ganz schön anstrengend. Sechs links. Weiter. Und enger. Und drei rechts. Verjüngung. Verjüngung? Was ist denn eine Verjüngung? Und drei links. Man kann hier raus ein Best machen wie... Und vier rechts. Weiter. Äh, rumschalten. Äh, rumschalten. Und sechs links. Danach lang drei rechts. Besser ausmachen, ey. Äh, rumschalten. Und vier rechts. Und sechs links. Weiter. Fünf links. Jetzt geht's. Und sechs rechts. Ich muss auch dazu sagen, dieses Drennchen ist sehr alt. Und lang sechs links. Und lang fünf rechts. Dann kommt es aber also das alt. Danach lang sechs links. Und fünf links. Danach sehr lang sechs rechts. Also jetzt ist es spannend. Dreißig. Fünf rechts. Oh, da war eine Wand. Dann haben wir sehr lang vier links enger. Da war ein Baum. Und ich hab meinen Beschluss. Klingt toll dran. So schön. So schön. Boah. Wursteln starten. Dreißig. Lang vier rechts enger. Nicht schneiden. Und fünf links. Und lang vier rechts. Und sechs rechts. Und drei links. Und drei rechts. Und lang vier links. Alles klar. Wer hat denn damit gerechnet? Kein Mensch. Und drei links. Wenn ich die erste Kurve geschafft habe, dann wäre ich wieder hochgeflogen. Weiter. Okay. Er hat doch das Schild mitnehmen. Puh. Sagen wir nur unser Gesell sich das Topic. Sagen wir die wieder bei der ersten Kurve rausfliegen. Ist alles okay. Sechs links. Enger. Danach sechs links. Und lang sechs rechts. Und lang sechs rechts. Und sechs links. Danach lang vier rechts. Und sechs links. Lang sechs rechts enger. Oh, ich hab... Oh, ich hab den falschen Kopf gedrückt beim Bremsen. Scheiße. Sechs links. Und lang sechs rechts. Dreißig lang drei links. Dann geht dann wieder weg. Danach sechs rechts. Lang sechs links enger. Hier schon mal sieben Sekunden mehr. Und fünf rechts. Und fünf links. Und sechs links. Ich bin erst hier hinausgeschossen. Danach drei rechts. Jetzt fliege ich an den anderen Kurven raus. Fünfzig. Lang vier rechts. Ich weiß aber nicht, was der Typ da arbeitet. Sechs links weiter und enger. Und drei rechts. Verjüngung. Und lang sechs links. Und drei links enger. Und vier rechts weiter. Obwohl ich rausgeflogen bin? Das ist schon ein großer Unterschied. Und sechs links. Und vier rechts. Tschüss. Aber hier haben wir Feuer an der Strecke vorbeigeruht. Enger. Und sechs links weiter. Fünf links. Und sechs rechts. Und lang sechs links. Und lang fünf rechts. Danach lang sechs links. Und fünf links. Danach sehr lang sechs rechts. Da wäre die Mauer. Drei fünf rechts. Danach sehr lang vier links enger. Oh, dann nehme ich ja mal Kinschauer. Drei fünf links. Drei fünf links. Drei fünf links. Und fünf links. Nicht schneiden. Und lang vier rechts. Und sechs rechts. Und drei links. Und lang vier links. Schmeißt mich immer raus. Das ist so eine, die die Konstruktion zerstört und immer wartet. Und sechs links. Dann kommt so ein Krankenwagen rein. CRM. Cody McRae heißt das dann. 2 Minuten 24. Okay. Hier ist eine Strecke. Eine brauche ich noch. Sondererwärterungsprüfung 1. Wird geladen. GB. Großbritannien. Warwick. Bestzeit 3 Minuten 51. Achte meine Güte. Wo bin ich denn? Aber ich bin nicht. 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 Ach nee. Das ist so eine Rutschstrecke. Da rutscht die ganze Zeit. Ist am Anfang nicht hier als falsch. Ich bin nicht. Komm. 6 links. 2 rechts. 30. 6 rechts. Danach lang. 3 links. Durch Tor. 3 rechts. Rutschig. Ja. Rutschig. 50. Aua. War wie der letzte Bopp. Lang. 3 links. Ich bin der letzte Bopp. Rutschig. Uuuhu. Lang. 4 rechts. Enger. 6 links. Au. Und links. 5 rechts. Danach 6 links. 5 rechts. Danach 4 links. 6 links. Ich bin auch schon wieder ein Baum. Vorsicht Tor. Das einzige was ich noch nicht in das Spiel geschafft habe ist, ist mein Reise. Bei dem was mein Freund schon geschafft hat. Ich bin erst mal aus dem Ball draus. Mein Auto hat ein rechts 3. Lang. 5 links. Verjüngung. Durch Tor. Verjüngung. 3 links. 3 rechts. Lang. 3 links. Und 3 rechts. Ah, ich fahrt lieber Schock und Klein, aber nicht lieber... Und 6 links. Auch wenn's keine Straße ist, ist mein Wald. Danach Abbiegung. Haarnadel rechts. Geradeaus. Und 5 links. Und 6 rechts. 2 links. 100. Da ist das Teil. Fuck. Sorry. Keine gehört. 2 links. 4. 3. Und 6 rechts. Oho. 6. 6 rechts. Ja, jetzt wird er in die Hände gespuckt. 4 vor, der ist das Teil derart vor. Wohin? 4 rechts. Durch Tor. Durch Tor. Geradeaus. Wie komm ich eigentlich immer so flug bis Tor, aber durch die Kurve komm ich nicht. Enger, Tor. Und lang. 3 links. Ich hätte es nicht erwähnt. Danach 6 rechts. Tor. 2 links. Jetzt kommt der. 100. Ja, der, meine Stärke. Lang. 4 rechts. Und Abbiegung. 2 links. Danach lang. 4 rechts. Alles wird. Und lang. 6 rechts. Danach lang. 5 links. Enger. 70. Über Bodenwelle. Und 5 links. Danach 5 rechts. Lang. 6 rechts. Enger. Scheißegal, was man macht. Vorsicht. 3 links. Und 3 rechts. Und 6 links. Mit dem Arsch an der Schilder. 6 links. Danach 3 rechts. Und 6 links. Danach 6 links. Danke. Über Bodenwelle. Brücke. Lang. 5 rechts. Enger. Okay. 4,2,4 Sekunden schneller. Ja. Trotzdem langsamer. Ja. Ja. Yeah. Auch wenn es nur 23 Sekunden sind. Aber juckt ja keinen. So. Dann würde ich sagen. War es das für diese Runde. Ein bisschen Rennsport. Heute. Würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zono. Ciao. Ho.